Let's go bring our To cut Willst du mich jetzt verarschen? Dann ist der Verkehr nur auf wir, das ist gut dass wir jetzt hier... Ja! Jetzt spornt hier auf einmal so mega viel Verkehr! Ja hier ist alles voll gewesen Hier ist aber wieder, gut, hier ist nichts mehr los Sehr logisch Fährst du? Ja, ich fahre. I'm directly hinter you first. Ähm... Nein. Mein Game ist wirklich gestackig. Du bist ungefähr 800 Meter hinter mir. Because of the... ...Waterspiegelung. Der Weg ist traffic, der da eben war. Ja, zieht hier einfach so'n Auto. Ich guck grad nach hinten, sehe mich so'n Auto wegrabst. Nice. Ich bin noch nicht da, ich muss noch langsamer fahren. Was, musst du langsam fahren? Du musst langsam fahren, weil ich nicht da bin. Ich mach meine Reifen mal wahr. An einer Seite. Was war das überhaupt? Wie fährst du? Wie fährst du mit 5? Okay, dann fahr ich jetzt halt mal ohne. Nein, brauchst du nicht. Du fährst ja jetzt schon. Wie ohne. Wie kann man das einstellen? Wie. Wie. W-m-m-m-m-m-m. Wie. Wie. Steuern A, alle Fahrhilfen, was? Ach so, das ist jetzt Steuern A, alle Fahrhilfen. Ich habe gerade Steuern A gedrückt, weil ich dachte, ich könnte das so schnell flitschen. Nein, Ere, nein! Du hast mich voll verarscht. Du bist rechts, ne? Ich habe voll gegen diese komischen Mazda gefahren. Sehr gut. Ich war jetzt übrigens ohne Fahrhilfen. Ich stelle mir da auch ganz aus, ne? Hardcore! Spielst du eigentlich mit Xbox-Controller oder mit... Ja, mit Xbox-Controller. Oder mit Lenkrad? Ne, es liegt neben mir das Lenkrad. Ich hätte keinen, das hier anzuschließen. Wo bist du? Unter dir. Ich glaube, mein Auto jetzt mehr rutscht, aber irgendwie rutscht es gar nicht, wenn ich denke. Dabei rutscht der Subaru normalerweise stark. Hast du gewährt, wenn ich dich gerammt habe? Ja. Okay. Das sah irgendwie nicht so aus. Nur noch 8 Kilometer. Warum bist du so langsam? Ich bin gar nicht so langsam. Ich brepst viel zu hart. Ich bin 200 Meter hinter mir. Genau. Erst. Du fährst bei vorne. Ich fähr rennen. Wie viel fährst du? 375. Ja, okay. Wie fährst du denn? 360. Ich fährst du denn? 380. 380. 370. Ich fährst du denn irgendwer quer über die Autobahn. Ja! Bei dir auch? Ich bin mega dagegen gefahren. Dieses kacke Auto. Das warst du, Erik. Ja. Mein Fotofokus. Ich hab das Spiel gehackt. Ich hab mein Auto da reingesetzt und ich hab die Autobahn gefahren. Warte mal. Ja? Ja. Du musst stehen bleiben. Ich stehe. Ich bin mega schwer. Bei mir. Bei mir. Bei mir schick. Ich bin jetzt nur 600 Meter bis zum Klug. Wir fahren hier falsch, okay? Ja, doch. Kann auch viel lang fahren. Nö, ich fahr jetzt andersrum. Okay, jetzt muss ich mir also doch ein bisschen. Es ist auch wieder nasser. Ich bin dein Ziel. Bist du auch schon im Blue Card? Nee, bin ich nicht. Kann man auch nicht im Blue Card. Eigentlich mein ich. Schade. Glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nochmal. Auf manche kommt man doch nicht, manche nicht. Ich sehe den glaube ich nicht. Warte doch auf den kommt man. Ich wusste nicht. Ja. Wie kein scheiß Punkt ist immer noch wärmer. Naja, ich bin auch schon auf. Ja. Scheiß. Auf. Du hast dich hier telefoniert, ne? Ja. Da ist ein Schatze da rechts. Aber der ist ja schon so viel. Da ist gut so. Ich lebe den Weg ab. Ich lebe den Weg ab. What the fuck. Alter, ich verpasst über diesen Klosquetsmogen. Wer bist du? Ach da, da! Ich bin über die Schatze gefahren. Gehst du mega durch die Bäume heute? Ja. Der Auto ist wieder sauber geworden von alleine. Eins auch. Richtig, ruhig. 4.000 Bakzen. So, ich hätte mal sagen, ich höre jetzt mal aufzufilmen, ne? Ja. Sie sind jetzt abgekocht.